Entschuldigung, wo ist denn nun die Bäckerei? Dringen wir es hinter uns. Okay. Kommt, Alter, was ist denn das? Was ist denn das? Die Waffe lebt. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss doch noch kurz gucken. Ich habe schon 15% von meinem... ...Anzug. Da sind welche. Alex, sie haben gelitten! Soll du durch. Nein! So, jetzt aber. Er macht sich unsichtbar, Alter. Ja, klar. Bats! Pass auf, ich fiste jetzt ein mit meinem... ...Riesending. Tschüss! Oh, das war jetzt aber fies. Okay, okay. Tschüss! Are you mad? Guys, I'm nuts. Bats! Mach ich hier, easy. Bats! Und jetzt einmal noch. Bats! Alter, hopp, du bist doch die Strikes. Aber nein. Ich habe den komplett auseinandergenommen. Das sind wir, sehr gut. Oh, easy. Also, ich habe gehört, hier will jemand gefistet werden. Guck mal, da oben ist da einer. Mate, schieß drauf, schieß drauf. Mate, 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 mate. Holz, 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 Holz. Du hast so gelitten, mein Freund! Du hast so gelitten! Ich mache jetzt sogar mit C noch irgendwas. Ha! Oh, ich habe kurz Teamkill gelesen. Da hinten ist ein Kleiner da. Ein kleiner Stinker. Ha! 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 Stopp! Jetzt drehe ich. Kann ich hier durch? Guck mal, wenn ich mich ducke. Ha! 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 Das sind doch wir. Ja, kommt mal runter, Leute, ey. Langsam langt mal so. Weißt du, ich muss alles allein machen. Ich habe auch nicht so viel. Bra! Da oben. Zieh stehen. Zieh stehen, bra! Gib'em! Mh! Mh! Da waren die nächste, die beschossen werden. Da waren die nächste, die beschossen werden. Warte mal. Okay. Erstmal jetzt gucken, was hier noch so geht. Ich habe, ich habe letztens einen Arm gebrochen. Warum hält, hält denn denn die Waffe so? Ach, weil ich geduckt war. Ha! Ich weiß ja nicht, Rick. Ähm, meines Wissens sind die Kinder schon ziemlich enorm, ne? Ich sage mal so, als Haupt-Oberkante. Musst du schauen. Oder drücken. Oder nicht auf meinem Baum versteckt. Hallo? Guck mal. Oh nein. Mach deine verkackten. Oh! Oh! Ich hole mir gleich meinen neuen Titan. Alter, guck mal unsere Marines. Ich zeig euch was. Schaut doch mal. Oh, lecker, oder? It's your boy! Äh, skinny penis. AAH! Nein, 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 nein. Ich bin weg. Oh! 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 Ist das doch jetzt das Walker? Oder wo? Oh! 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 Oh, oh! Oh! One-feindlicher Pilотив. Da oben ist einer! Auf dem drauf, oder? Ah, der ist tot. Alter, man macht Gas, um die, um die zu killen. Stößt mal. Wer hat das Spiel entwickelt? Guck mal da, Frischlinge! Ahahaha! Alter, manche klingeln echt wie ein Wahnsinniger. Was ist denn da? Was ist denn da? Hi Mark! Jungs, hier ist noch ein Titan! Kommt mal her! Hinter uns! Guck mal, wie ich den Reaper absiehe. Locker. Das sind irgendwie kleine Mini-Dinger. Guck mal, die haben doch no Chance. Die haben doch no Chance! Sieg! Haben wir jetzt echt gewonnen? So knapp? Wo sind jetzt hier noch feindliche? Ah! Aha! Wo ist die? Alter, wie viel Gehütte tabt da oben? I was hinten die... Oh, Batsch! Boah, sowas von gerippt hab ich den. Der nehmt ja alles noch. Das gibt's doch gar nicht. Joa. 85 Punkte. 90 Kills, meine ich, gelesen zu haben. Gute Ausbeute. Oder wie das Spiel selbst zu sagen, pflegt gute Leistung. Danke. Nehme ich. Die Waffen nehme ich. Passt schon. So, Überkern. Manche, denen mich kannte, ich andere Kern nicht. Also jetzt ist es halt. Alter, das ist doch... Ah, oder? Ich meine, dass es so frau ist. Gibt's noch mehr Frauen? Hey, guys. Schief. Was ist das für die Übermap hier? Guck. Ich brauche einen besseren... Einen besseren Winkel, f***! Oh Gott, hinter mir ist, glaube ich, einer. Kobi! Den habe ich untergekobit. Und er trug meinen Namen. Jetzt bin ich sehr beliebt. Vor allem bei den Damen. Ich bin der coolste Boy, der jemals gelebt hat. Ich bringe ihn nochmal um. Ich bin so krass. Ich gehe wieder aufs Darf. Nein, das wäre doch gelacht. Da ist er noch. Spieler Kill Easy Titan bereit. Dankeschön. Ich bin, glaube ich, der allererste Mensch der Welt, der auf dieser Map einen Titan zu kommen hat. Stufe 3. Oh, scheiße! Aber ich habe einen Vorteil, ne? Weil der ist blade, der Kerl. Ich habe ihn echt eliminiert, ne. Fein Pilot ist ausgestiegen. Ha, ha! Ha! Gar nicht! Laser System bereit. Laser System? Was ist ein Laser System? Juhu. Ja, das hat sich ja komplett gelohnt. Guck mal, der hockt doch hinter dieser Mauer. Fein Pilot eliminiert. Das war natürlich, äh... Viele würden, äh, Wallhack sagen. Ja, ich spreche da eher von Skill. Er ist gerade ineinander gekommen. Und das klatscht aber an. Oh, wo hockt der? Bum, bum, weg ist er. Brr. Oh, hallo, Monsieur. Ihr wisst ja, was für mich einer der wichtigsten Aspekte beim Spiel ist. Die Kampagne. Unterhalte mich. Komm in mich rein. So, jetzt ist mal gut, ne? Ach, scheiße. Spielt jetzt jemand am PC umgedreht? Ich kenne es von der Konsole. Da spielt man logischerweise invertiert. Klar. Jeder, der nicht invertiert spielt, ist, äh, ein Kind. Aber am PC? Mit der Maus? Wenn ich hochgehe, dann geht es nach unten. Wenn ich runtergehe, geht es nach oben. Seid ihr verrückt? Boah, ich bin so schnell. Achtung, Captain. Irgendwas kämpfen wir eigentlich. Was wollt ihr von mir? Hä, Waffe ist leer? Ich zieh direkt die nächste. Du, willst geklappt werden? Alles klar. Bam. Äh. Koopa, Sie sehen nicht gut aus. Warten Sie. Kann ich auch nochmal kurz mitspielen? Oder ist der... Oh, no. Oh. Er hat überlebt. Ach ja. Captain, kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Oh. Pass auf ihn auf. That's where the fun begins. Übrigens, Leute, vielen Dank für eure Daumen nach oben und für eure Kommentare. Ihr seid die Beste. Und ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. So, jetzt zeige ich euch mal, wer hier der König ist. Oh, 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 oh. 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 Oh.